So, als kleines drittes Lied habe ich jetzt vorbereitet, sage ich mal, einen Merkspruch, habe ich drauf geschrieben, das steht auf der Runde drunter, und zwar haben wir hier bei Frau Professor Bockholt in der Vorlesung einen Merkspruch gelernt, der da eben heißt T-Li-Ri-Po-Talo-Tri-Mai-Ring-Pars, was ja kein Ausruf der Walküren ist, sondern die Anfangssilben von den Opern von Richard Wagner darstellt. Und zwar ist Fee die Feen, Li ist das Liebesgebot, Verbot, ne? Oh, ja, Liebesverbot, entschuldigung. Dann Fee, Li, Ri ist Rienzi, Ho ist Holländer, Ta ist Tannenhäuser, Hothalo, Lohenbrin, dann Tri ist Tristan, Mai ist Meistersinger, Ring ist halt der Ring, also das 20-stündige Werk, also die vier, ne? Also, ja, gut, ist bekannt, nehme ich an. Und Paris ist dann eben zum Schluss Paris überall. Okay, und dafür habe ich mir jetzt etwas Musik ausgedacht und dachte, kann man sich das dann eben vielleicht auch besser sagen. Muss lauter singen, ja? Okay, Entschuldigung. Schaut. Okay, also ich gebe mal richtig laut. Okay. Cool. Viel Rien, guter Lohn, nie, mein Junge, weiß. So macht mir unser Opern gerne Spaß. Viel Rien, guter Lohn, nie, mein Junge, weiß. Zu lernen so den Wach nach Sport, das hat noch was. Viel Rien, guter Lohn, nie, mein Junge, weiß. Viel Rien, guter Lohn, nie, mein Junge, weiß. Die Erlösung per sie ist der 6. Abitur. 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 Vielen Dank.